es hat jetzt kommt zurück zu der spiel ist am mario galaxy in der letzten folge haben wir endlich diese scheiß Prozent versteckten sternen machen zwar diese mal wieder diese Müllaufgabe da durch wirklich mit der Strecke muss aber es hat zum Glück 10 Minuten gebraucht jetzt machen wir die richtige dritte challenge endlich kann ich wieder richtig zocken ohne die ganze Zeit so komisch viel scheiß um Dinger zu werfen ja und ich überspringe das mal haben wir ja schon gesehen so und dann gehen wir mal weiter aah oh komm her komm her hey komm her hey komm her hey komm schon hey komm schon Danke, hier ist eine Abkürzung für dich. Und auch der einzigste Weg. Verwandelung! Einfach der einzigste, einfach der einfachste, äh, ja. Einzigste Weg, aber Abkürzung, okay. Du bist doch einfach Abkürzung. Statt, ich verwandle mich in einen tollen Power-Stern. Power-Stern. Stimmt, warum verwandle ich einfach in einen Power-Stern, naja. Das ist auch schlimm. Ein Power-Stern geschenkt kriegen. Vor allem, weil ich hab dich befreit. Warum gibt's mir keinen Power-Stern? Ah, okay. Das ist ja mit Mario ziemlich gierig. Nicht nur noch Geld, sondern auch noch Power-Stern. Hui, tschüss. Juhu. Da hab ich was erblickt. Aus meiner Begierde. Das Objekt, ein Objekt meiner Begierde. Aus dem Power-Stern. Ich bin schon mal Game-Over dran gegangen, da ich mich immer wieder zum gleichen hin gezogen hab. Geil. Richtig cool. Richtig schlau vor allem. Alter, hab ich das gesehen? Eigentlich hat das Ding mich getroffen. Okay. Jawohl. Ah, mein Stück Maulwurf. Du musst Lennart. Ja, Lörd ist ein Maulwurf. Ich weiß. Ja, Lennart sieht nicht richtig aus wie ein Maulwurf. Soll ich Lennart einfach wie ein Maulwurf vorstellen. Du wirst ja auch schon wieder aussehen. Scheiße. Okay, ich wusste nicht, dass das Ding, der dich kaputt geht. Okay, die machen nochmal Dreierschübe. Gute Tipp. Ja, eine Münze. Ja, für den ganzen Aufwand. Ja. Ja. Geschafft. Oh, wir sind mal wieder zum Fohr, waren wir ja schon mal. Ja, durch die Laserstreik kaputt. Nicht schön. So, rüber? Nein. Du bist. Okay. Hallo. 4-30, ne? Nein, 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 willkommen in den Lunar-Laden. Moment, verkaufen wir etwas für 3 Sternteile kaufen. Habe ich aber nicht. Oh, aber dann Sternte lösen wir uns. Habe ich nochmal nicht. Ach, ich spiele da einfach nochmal wieder. Ich habe ja sowieso 6 Kraft. Also, kein Problem. Okay. Wir schauen mal, was ist jetzt schwerer. Ja, dran. Das schadet direkt mit denen. Oh. Nein, wie schwer. Hey. Ey. Ey, 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 was? Endlich. der boss kann man schon mal gar nichts als der der gegen die wir hauptsächlich die boss die können was die kürze sind schon mal die schwersten gegen die besiegt er macht natürlich zwei neue du kannst ja das war wieder schwer aber wegen diesen mini zimmern schaden kriegt und ich sagen kommen wir gleich zum ultra schweren risikokometen die so schwer ist er nicht die sind halt nur wie diese mini-dinger schwer rache des begomanstammes speichern ok kognitiv flug bei der nächsten jetzt man sich verarschen ja ja euer euro euer erfolgt so ich möchte mit der kanzi anfangen ich würde eigentlich den komet mit anderen machen aber wenn die folge ok ein großer stern ist da oben also ein großer stern das ist ein großer stern ich so dass ich da war ich weiß gar nicht ich bräuchte ob das sternteile das spiel Aha, okay, so, okay, danke schön, aber egal, war ja meine eigene Dummheit und es war ja schön anzusehen, also kein Problem. Hauptsache, Sternteile verbrennen nicht, aber egal, denke ich einfach nur, hmm, lecker Feuer, das denke ich wirklich. Dankeschön, aber auf die, auf die, die Fehler mache ich aber immer wieder, bei dieser Mission. Ah, ja, ja, okay. Okay. Gibt's ultra viele Sternteile? Okay. Soll ich Sternteile auch einsammeln können, aber egal. Soll. Gibt's ultra viele, ah, weiß ich auch wieder, warum ich Sternteile brauchte. Hast du gar nicht Sternteile? Ich will Sternteile, ich will ganz viel davon erst mal, komm schon, hast du gar nicht Sternteile? Ich achte, ich verwandle mich. Gut, aber hier gibt's auch ein paar Sternteile, glaube ich. Ähm, noch zwei bitte. Irgendwo bitte. Und irgendwo bitte noch zwei Sternteile. Leute. Leute. Ach, Leute. Scheiße. Mach ich mal wirklich die Hauptmission. Bevor ich den Nummer mache, mach ich nochmal jetzt nie. Aber es ist auch egal. Wenn's nicht geht. Ist es halt so. Wenn dann war mir auf dem Plenig. Dann landen sollt aber egal. Okay. 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 Nur mal. Ich glaub, das muss man irgendwann aufs Risiko machen. Oh. Also die ganzen Mission. Ist gar nicht so leicht. Seht ihr? jetzt ein ding zu verlieren ich will jetzt auch nicht leicht schlatsch sind dass ich links drauf drückt dass er noch rechts weg gibt aber egal auf die sternteile ist total egal weil es stößt jetzt alles zusammen kann ich nicht darauf achten ein paar sternteilchen einzusammeln außer die die hier vielleicht schon offen sind ich bin nicht bescheuert scheiß drauf Prozent 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 okay alles alles überhaupt nicht knapp überhaupt überhaupt nicht haben oder so wo ist es so knapp alter ich habe voll irgendwo zeit verloren zeit verloren ja ich glaube dass auch hier stellen weiter mit sinkt ich hoffe nicht ich damit trotzdem schnell ein ich glaube ich stehe mit auch überfügt das ein und wenn ich 15 minuten sind würde ich sagen dass es jetzt geht noch ein risiko gebeten noch die gruppe zu gruppen mit mir immer so gut wort was ich 2000 auch machen das gibt gar kein ich brauche 2000 ich wusste doch dass sie noch eingeht scheiße alle klasse ein sternteilig gestärkt werden ganz viel davon vergessen hallo will sie sternteilig für 8.000 und habe schon ein viertel egal wie gesagt wird es noch geht machen risiko kometen komet zeit zeit gut meinetwegen das müssen wir sterben alles neu machen aber gut oder zeit ergreift wo man stammt wir müssen ihn auch noch besiegen in der zeit anscheinend das ist interessant sechs minuten wir haben doch noch fünf minuten gebraucht ja das ist chillig hey scheiße oder ab scheiße endlich ok jetzt müssen wir weilen weil wir jetzt gerade ziemlich viel zeit vergrödelt schon dann schon endlich nummer eins 2 so und ein und abkürzung blablabla wandelung ok alles gut wo ich der andere reich hier ok oh ok gut ok gut ok gut ok ok So, komm her. Hey! Ja, sehr schön. Sehr schön. Okay. Oh. Richtig. Scheiße, doch. Okay, aber hier finden wir jetzt diesen tollen Pilz, diese Wachskraft, also kein Problem. What the fuck, das ist gerade richtig laut. Nein! Scheiße. Okay. Nein! Dankeschön. Okay. Okay. Drei Minuten. Wir sind jetzt für den Kampf, oder? Ne, sind wir noch nicht. Bisschen müssen wir noch. Ich fülle noch meine Max-Kraft neu auf. Oh, das schaffen wir. Okay, hier fülle ich dir einfach neu auf. Oh, jetzt macht es eigentlich keinen Sinn. Denn ist ja noch Max-Kraft-Pisch. Also, scheiß drauf. Äh, da hinten ist noch Max-Kraft-Pisch. Scheiß drauf. Okay. Ich sage jetzt, wenn ich hier nicht draufgehe. Okay, egal, da hinten ist ja noch Max-Kraft-Pisch. Okay, auch kein Problem. Auch kein Problem. Und wir haben jetzt noch 2 Minuten 30 für diesen Scheiß-Boss-Kampf. Aber wir brauchen jetzt nicht lange. Wir haben 6 Energie, heißt das ist auch kein Problem. Hoffentlich. Ja, ich muss wieder schaffen. Okay, gut. Sehr nice. Ja, gut. Hier, Scheiß-Teile. Wie gesagt, der ist nicht so schwer. Scheiß, er hat mir jetzt Schaden gemacht. Nein. Er hat mir Schaden gemacht, wird schlecht. So, Nummer 2. Alles sollte möglich sein. Ja, geschafft. Easy going, würde ich sagen. Dann würde ich auch sagen, was ist von der Folge Super Mario Galaxy? Let's play Super Mario Galaxy. Ja, wenn ihr die Folge feiern, dann lasst doch gerne eine Postenbremse da, wenn ich einen negativ sagte. Warum? Und tschüss. Tschüss.